Anna, wir haben auch noch einen kleinen anderen Teil, ein Momentchen. Überraschend! Wo wir gerade schon so viele Leute hier auf der Bühne haben, möchten wir gerne jemanden von der AHA zu uns auf die Bühne bringen. Maiki! Komm doch mal nach vorne! Maiki! Wir haben uns überlegt, wir waren jetzt fast fünf Jahre hier und haben mit der AHA unseren Start mit Fecht Deluxe gehabt. Viele Leute hier auf der Bühne verdanken der AHA ihre Bühnenpräsenz und sind hier das allererste Mal aufgetreten. Viele von uns, mich eingeschlossen, haben halt hier ihren Bühnencharakter formen dürfen, haben die Trecht Deluxe hier gründen dürfen und formen dürfen. Und deshalb wollen wir als Team der Trecht Deluxe auch im Namen von Nicopatra Berlin ganz ganz herzlich Dankeschön sagen und der Trecht Deluxe einen Award verleihen. Ja! Nein! 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 Vielen Dank auch, dass wir shove in unserem Namen für euch, dass wir euch fünf Jahre bei uns bei uns zu Gast controls haben durften. Ihr wart eine wunder wunderbare Show bei dir bei uns. Ich hoffe, wer kommt mit einem anderen Projekt zurück weiterzuend. Da freue ich mich schon riesig drauf und wünsche euch natürlich im Namen von uns allen alles Gute für старt den Ballhaus. dass es genauso kommt wie hier, wenn nicht noch mehr und vielen, vielen, vielen Dank dafür, der kriegt ihren Platz noch vor dem Premier-Teaster. Diesmal, wenn man nicht verwogen ist, wenn man nicht gewöhnt hat, dass man nicht gewöhnt hat, dass man nicht gewöhnt hat.